Freitag, 14. September 2018 18 Uhr 9 Druckennutzungsrechte Feedback kommentieren Nach der Einführung strengerer Abgasnormen für Diesel-Pkw 6 Euro Detemp im September vergangenen Jahres sind die Zulassungszahlen für saubere Diesel nur langsam gestiegen Von allen zwischen September und Dezember 2017 zugelassenen Dieselfahrzeugen erfüllte nur ein Zehntel die neue Norm, etwa 40.000 Stück Mehr dazu im Spiegelheft 38 Schrägstrich 2018 Der Gefährder wie Horst Seehofer persönliche Krisen zu Regierungskrisen macht digitale Ausgabe senkrechter Strich gedruckte Ausgabe senkrechter Strich absenkrechter Strich Abo Damit dürfte ein Großteil der von Herstellern für eingetauschte Altdiesel gewährten Umweltprämie in Fahrzeuge mit hohem Abgasausstoß geflossen sein Diese Prämie hatte die Autoindustrie im Rahmen des sogenannten Diesel-Gipfels im Sommer 2017 gegenüber der Politik angekündigt und anschließend in Form hoher Rabatte gewährt Grenzwerte müssen auf der Straße eingehalten werden Bei der minus 6 Euro D-Norm müssen die Grenzwerte etwa für Stickoxid nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch unter realen Fahrbedingungen auf der Straße eingehalten werden Nur Besitzer von Fahrzeugen, die diese Norm erfüllen, sind relativ sicher, von Fahrverbote auch in Zukunft verschont zu bleiben Die Norm 6 Euro D-Temp gilt seit 2017 nur für neue Autotypen und vom September 2019 an für alle neuen verkauften Diesel-Autos Sie ist etwas milder als 6 Euro der Diese gilt von 2020 an für neue Typen und von 2021 an für alle Modelle Märchen vom sauberen Diesel etwa 12.000 der 2017 zugelassenen sauberen Diesel stammen von Volvo, etwas mehr als 9.000 von BMW Von der Marke VW, die den Diesel-Skandal mit ihrer Betrugssoftware auslöste, stammen gerade einmal 2.000 saubere Diesel-Autos Für den grünen Verkehrsexperten Oliver Krischer sind die von der Bundesregierung erhobenen Zahlen ein weiterer Beleg für das Märchen vom sauberen Diesel Die Luft in den Innenstädten durch Verkaufsanreize für neue Autos sauber machen zu wollen So wie es Autoindustrie und Verkehrsminister Andreas Scheuer CSU suggerierten Verkommt angesichts dieser Zahlen zu einem schlechten Witz Urteilt Krischer Fahrverbote in den Innenstädten würden so nicht verhindert Dieses Thema stammt aus dem neuen Spiegel-Magazin Am Kiosk erhältlich ab Samstagmorgen Und immer freitags bei Spiegel Plus Sowie in der digitalen Heftausgabe Was im neuen Spiegel steht Erfahren Sie immer samstags in unserem kostenlosen Newsletter die Lage Der sechsmal in der Woche erscheint Kompakt, analytisch, meinungsstark Geschrieben von der Chefredaktion oder den Leitern unseres Hauptstadtbüros in Berlin